Er ist sehr glücklich, gesegnet mit dem Beruf. Es ist immer so dieses Kunst und ich habe keine Ahnung von Kunst und ich weiß nicht, also ich glaube jeder hat Ahnung von Kunst, weil entweder es spricht an oder eben nicht. Ich glaube, so simpel ist es. Entweder es sagt dir irgendwas und du fühlst dich irgendwie hingezogen zu dem Bild. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil du sagst, oh wie schön, aber das kann auch sein, weil du sagst, oh wie krass oder wie cool oder wie traurig oder was auch immer. Irgendeine Emotion bei dir auslöst wird, dass du irgendwie hinguckst und sagst, irgendwie sprich mich das an. Ich hatte den Eindruck, dass die Gäste doch sehr angetan waren von der Malerei, von den Sujets, von den Motiven, von der Technik und natürlich von der Künstlerin selber insbesondere. Eine imposante Persönlichkeit.